In dem Teil, 1000 PS schlummern, das glaubt kein Mensch. Da denkt jeder, wenn der an die Tankstelle kommt, na guck mal hier, der hat sein Audi da ein bisschen tiefer gelegt und schicke Felgen drauf gemacht. Aber dass der alles im Prinzip verblasen kann, was auf der Autobahn unterwegs ist, das denkt kein Mensch. Und ich meinte, das Ding läuft 365, GPS gemessen. Wie ihr bestimmt alle schon mitgekommen habt, ist leider gestern Abend eine Legende von uns gegangen. Und zwar hat die Limo was abgebrennt. Und zwar heute Abend, dass die Limo ist, aber es gibt uns da, die Limo ist. Und zwar, dass es nicht so viele, die Limo ist, Hase jetzt sind ja auch. Da ist es nicht so viele, die Limo ist, aber das ist nicht so viele, die Limo ist. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR